da sind wir wieder nach dem cut ja ab kriegen jetzt gefunden im coolen hotel und jetzt ja gut ich habe sich getreut halten aber ich dachte ja er hat jetzt neues level oder so jetzt lesen wir das noch mal nebel kennenzulernen wir finden dich okay sorry sorry da wird die folge drei minuten länger so okay dann lassen wir mal zum atzen da reingehen wir gehen jetzt noch mal zum atzen bist du noch hinter mir genau wir gehen so zum atzen ja ich bin dahinter wenn es probleme gibt dann klackern wir dreimal so das war es ja okay jetzt erst mal zum atzen und wer seid ihr weiter entschuldige bleibt das ein seltsamer name ihr beiden seid verwirrt auf jeden fall ja also was jetzt ja das wollte ich fragen erzählen mein name ist schön du bist jane mann wir sind zu hause mein zuhause unser zuhause wahrscheinlich heißt das eine frau bei dir du bist eine sneaker zu sehen ach dann sagt es doch mal also wenn du ausrastet darfst du ruhig das rote haare oder erinnert euch nicht und ich bin dein mann wohl also ja ich ja hier live die rollenverteilung ja auf jeden fall gerechnet alle warum schlafen natürlich drauf und dann bauen wir ab erst langsam zu dann sagt dann sagt man immer tief nach dass uns gehen das ist jetzt ergibt diese schatz auch sind ja ich darf auch was jetzt ist das ist mein redler der hier zum einstürzen zu bringen und dennoch muss es die sonne fürchten hast du übrigens auf deutsches eben gestellt ja gewitter ist es nicht blitze blitze fliegen da auch nicht eigentlich die antwort auf alles ja ich muss man schon mal probieren sicherheit wahrscheinlich was da die sonne fürchten oder muss das er es muss immer finden hat es ging jetzt nicht raus das ist logisches denken irgendwie aber wir denken zu kompliziert denke ich am ende hat er gleich gegrabt sonst hätte er nicht random irgend so ein baum spruch ausgehauen ja aber es muss ja da was mein grund hatte können wir uns jetzt erlösen hat ihr dennoch muss es die sonne fürchten du spinnst doch gucken jetzt ne ist auch nichts auf dem facecam ich geh schon mal zum panzer vielleicht kann man da irgendwas hier mal gucken jetzt hier und ich guck mal hier in den ecken ein bisschen rum und wir sind dort in den himmel halt gucken halt wir hatten auch um so ein schild auch im gab es da die häuser sehen alles aus als ob man da reingehen kann da ist wieder nebel jetzt wieder ein tank dachte gerade hier geht es weiter geht es aber nicht ihr könnt ja gerne meinen kommentaren mit rätseln sollten wir das in diesem part nicht schaffen weiter zu kommen ja das ist sehr sehr komisch ich verstehe das halt kann man sich drucken und spiel guck mal wo ich bin jetzt was wusste ein geräusch komm her das hast du doch ne komm her komm her komm her komm her meinst du das klacken ja 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 das war eine energy dose man kann was irgendwie springen oder so nee du kannst aber hier landen nee nee du bist schon da wo ich eben war kann man sich ducken oder so nee kann man alles nicht es ist schwierig es gibt nicht so viele möglichkeiten halt dann auch das ist die alte gamertaktik einfach die tastatur ich gehe jetzt durch den nebelraum einfach durch er blockiert dich er lässt dich nicht weiter nein der nebel ist hart ey der nebel ist schon richtig waren die geräusche schon immer hier hörst du die ja was für die nebel links meine ich oh wofür mit der sonne und so das ist ja krank können wir das irgendwie kaputt machen ey wir kommen da safe durch halt guck mal wie schön aussieht ja das sieht auch so aus oder hier der type will uns irgendwie nicole oder so oh ein stopp schild na klar ey das ist hart dann brauchen wir auch mal in den container reingucken oder so dann brauchen wir aber was überall hier rein 100 pro noch zum zertrümmern irgendwie hä es ist nicht weise weiter zu gehen siehst du eigentlich richtig fresh aus du hast sogar die passenden schuhe zu deiner frise hä ich will dich von vorne mal sehen ey guck mich mal an also du bist eigentlich schon echt hot siehst halt ein bisschen wie so ein leichter psych aus so ein leichter knacks so ein alkoholiker aber ist halt auch noch normal ich bin halt auch ein was denn hier oben ist er die gasse oder was die kammer ne das ist die gasse ja aber da war nix hä lass mal nur zur anderen gasse hier gehen hier kann man das safe was übersehen hier hey man ey du kranker ey ich warte nur drauf dass wir irgendwann durch diese feld die sich diese schwarzen fenster gucken und dann ploppt einfach irgendwas auf ey der spiel ist jetzt schon langsam wo bist du auch da das geht doch nicht aber ich glaube wir sind bäder ich glaube wir sehen etwas und raffens noch nicht das ist jetzt geht sie 100 pro ist wahrscheinlich richtig einfach ist es auch aber zuschauer ist natürlich auch ein bisschen entspannter als sondern weil du hast nicht diesen druck und jetzt bleibt drin halt vor allem sind wir auch unter druck was zu zeigen wir können jetzt nicht einfach 30 folgen im sport sind sie gesteins liegen sie ist eine bahn vielleicht liegt der geld runter die ganzen den ganzen rand ab wir haben alles schon probiert jetzt muss doch irgendwas im einkaufsladen ich habe eine axt ja ich seh es kann man die picken ich weiß nicht die sieht aus als ob man die einsammeln kann ja du kannst guck mal hier war ja nichts in den laden ja kannst du irgendwas machen ne ich hab es auch schon probiert f e g h x na ey lass mir mal in den raum mit diesen dings wo über uns ist erde oder sieht es aus gar nicht was ist das so steht denn der ceno saga superfabs wrote this in dem film i love you mo dear pancake hab ich jetzt richtig bock drauf ich hab mal in der frisur gesehen die sind ja krank aus im schatten ja ne ich muss unbedingt auch nach hause viel neugierig ja müssen die doch irgendwie nehmen können hä ist das vielleicht ein name maude oder so i love you maude aber ne hat ja keine angst vor sonne oder so bäh das ist krass jetzt können wir ein bisschen cash raus nehmen oder so cash cash hä cash ne das ist alles schreiben ich hab auch grad die ganze tastatur durch getriggert warte ich guck mal kurz in den einstellungen game äh ist eine busseitestelle shift left mouse chat y interacted e ja 1 2 3 4 5 6 7 8 tasten gibt's 7 9 9 9 12 12 11 12 12 13 13 14 15 15 15 es ist du kannst ja auch nicht aufnehmen irgendwie mit e oder ich probiere die ganze zeit schon mit e und so aber ich glaube müssen wir mit dem arzen rein ey hier warte mal am fenster ja komm mal hier raus ja hier ist ein zettel auf der anseite sieht man die zettel nicht have you lost a chicken ja auf einen teller ist auf einmal runter gesprungen da steht sogar was drauf unhangry chicks was found around midnight at bell one and the first and friday blubblub 7 juli also ich suche jetzt gar nicht kein hühnchen in so einer geisterstadt das kann sich der arzt selber suchen hier ist es wahrscheinlich ausgebüxt das ist einfach schicken die antwort kommt was fällt rund keine ahnung warum ein baum was zerschmettern schiffe felsen felsen um dächer auch einzuschützen lassen da muss die sonne fürchten aber warum muss ein felsen die sonne fürcht weil ich hatte ja angst das stimmt ja es geht darum dass der gegenstand angst also darf nicht sonne abkriegen er darf keine sonne abkriegen so es ist eis gewesen eis wegen titanik zerschmettern zu große eismengen dach einstürzen ja wir haben alles rausgekattet nicht noch eine was warte sehr gut wie es mit diesen hier ich werde in einem dunklen raum getragen ja und angezündet ja ich weinte und dann anlöscht mein licht was bin ich eine kerze ja es gibt eine antike erfindung heute noch immer teil der erde zu finden welche erlaubt leuten durch wenn es